Okay, jetzt bin ich ein bisschen ernst, hier. Okay, konzentriere dich. Ich will einfach versuchen, weiter nicht irgendwie so fest irgendwie hier rumzustellen. Ich habe das in den Gangladen, ich verliere mal wieder drauf rein. Bumm. Hier ist ein Wasser geflogen. Sag mal, wo wo? Und ich stand hier schon wieder besetzt, ne? Du bist, ich glaube, also ich weiß nicht. Was ist das passiert? Vielleicht soll ich echt weitergehen. Ich würde, ich würde weiter. Weil, ey. Wir sind ein bisschen, bis zur Standentgehung von dort aus ganz einer, aber umgehen. Es heißt ja auch extra, wir sollen tauchen, ne? Vielleicht sagen sie das ja nicht umsonst, dass man tauchen soll. Boah. Ich weiß, ne Granato. Ja. Okay, festgeschafft. Ja. Warum? Warum? Gebt Deckung, gebt Deckung. Alter. Ey, ganz ehrlich, wo waren wir? Echt, ey. Ey. Yo, yo, yo. Hä? Gut, er hat eine Granate draufgeworfen. Vielleicht hat er ein paar Kollegen von sich erwischt. Pass mal auf, ich gebe mal Ausrufen hoch, wenn es geht hier. Shit. Ey, Alter. Geh mal weiter, weiter. Oh, Alter. Shit. Fuck. Alter, komm, ey. Oh mein Gott, guck mal, ey. Ah, das. So, ich würde weiter nach links weiter. Okay, ja. Muss den Kerl abertig machen. Ey, da war ja gerade irgendeine Mörser oder was. Und hör auf, die Granaten zu werfen. Was? Oben ist ein Scharfschutz. Und hinter dir, ich muss runter. Ich muss runter. Shit, Junge. Ich würde sagen, ich gehe mal an und ab. Unser Controller. Ey, ich habe heute... Wir haben keinen Akku mehr. Ich habe heute einfach keinen Geschick. Ich weiß nicht mehr. Ich bin einfach schlecht. Ich drücke auch Granatenwerfen. Ey, ganz ehrlich. Ich will doch woanders... Ich muss ehrlich gleich... Ich glaube, ich weiß, wer das kommt. Das kommt vom Killzone. Das kommt vom Killzone. Ich habe vorgetroffen. Wir zogen Killzone für die PS4 momentan. Die hatte uns leider kein Witzplay da ist, aber... Ja, aber... Ich habe kein Aufnahmegerät, dass das wirklich kippt. PS4 halt, ne? Ähm, und... Man schießt einfach einen Killzone. Soweit ich jetzt weiß, mit L2 und R2 anvisieren schießen, ne? Soweit ich jetzt weiß. Und das ist jetzt ein bisschen echt verwirrend. Ey, das ist verdammt übel. Ey, das ist echt nicht einfach. Und dazu kommt noch, dass wir gerade ein bisschen aus der Übung sind. Und noch schlecht. Okay, fast geschlecht. Sehr gut, sehr gut. Aber du stellst dich echt noch ein bisschen besser als ich. Ja, man sollte echt einfach weiter nennen, das reicht. Oh, leck, da die... Ich stand den, die könntest du nehmen, oder? Oh, noch einer, oh nein! Der ist schwierig, aufpassen. Was ist los, he? Da braucht ein bisschen. Bäm, bäm! Sehr schön. Bäm! Ah, du! Obfassend Schrot finde, wenn er sie auspackt, dann bist du weg. Zack! Ich hasse dich, Johan. Ah, sein Helm ist weg. Warte, wie lange er braucht, geh. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Bäm, 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 bäm. Weiter. Sehr schön. So geht das. Ich weiß nicht, wo lang, wir gehen einfach mal da lang. Ha! Da liegt ein Granatwerfer, was ist das? Ein Granatwerfer, ein Hammer. Sehr schön. Ich behalte den das. Ich glaube, da musst du weiter, oder? Ich weiß nicht mal, wohin. Nein, du musst irgendeinen Gegenstand schießen, ja. Ich würde mal weiter gehen, oder? Was machst du denn? Schieß mal drüber. Du nimmst die AKE wieder, stimmt's? Ja. War natürlich klar. So, weiter. Renn, renn einfach, renn einfach. Schatz. Verdammt. Wir sind hier nur mit dem Schatz hingekommen. Geh doch mal da runter, wenn du da runter springst. Wer macht ja diese Faxen mit seinem Fahrschutz? Sag mal! Boah, er ist umgefallen. Sehr schön. Er steht wieder auf. Ist er nur runtergefallen auf dem Boden, oder was? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein neuer Kerl. Tanzt er grad? Ich hab keine Ahnung. Was haut da ab? Wo lang eigentlich? Vielleicht da runter springen. Da unten. Springen wir da runter. Lass dich mal fallen. Ich glaube, da geht's. Bin ich ja nur hier wieder. Das ist komisch. Ich hab auch keine Ahnung, was da weiter gehen soll. Es wird nicht irgendwie angezeigt. Ah, vielleicht da hin. Hier und dann geht's da. Ui, was war das? Jawohl, da hin. Ha! Jawohl, da rein. Das ist auch noch so. Huch, ne RPG. Irgendwas hat so wieder gegrenzt. Ah, ein Kerl. Ein Kerl. Die Glatzer. Die Glatte. Ah, klar. Du bist ja richtig flott, ey. Voll gut unterwegs. Mhm. Sehr gut. Ich muss einfach nur alles reinigen vom Gegner. Ich weiß ja echt nicht mehr. Ah, schau. Da ist ne Magnum, ey. Da musst du ein bisschen... Spaß, aber aufpassen. Oh, Gott. Wollen sich schon die Beine. Das ist für Sully. Das ist für Sully. Wohin? Wohin so schnell? Schon wieder so einer. Wir gehen da hinten runter. Was los? Bäm. Bäm. Ah, ja. Gib ihm. Bäm. Bäm. So. Das ist relativ... Ey, ich muss auf den Masken... Ah, du musst auf den Masken. Ganz hoch. Geh mal ganz da hoch. Alter. So, ich wollte nicht die Wache messen. Oh, ich will nicht. Er hat ja gerade andere. Arschloch. Fung, wo kommen die ganzen Gegner auf einmal? Fung, wo kommen die ganzen Gegner auf einmal? Fung, wo kommen die Gegner auf einmal? Okay, da ist das so. Ich bin das so. Du musst einfach nur den Masthof. Du musst den Masthof. So, keine Ahnung. Ich dachte, irgendwas ist ein Sniper. Ah, du musst glaube ich erst hoch, bevor du den ziehst, oder? Ja, perfekt. Sollst irgendwie dich hier festhalten, du... Ah, du Affe! Einfach Raketenwerfer! Geh hoch! Bring dran! Wer, wer bitte ballert da mit dem scheiß Raketenwerfer? Ich lebe doch! Geh da runter! Und bleibt da! Lass es mal aufladen, ey. Ganz ehrlich. So... Schlimmer wie jedes Horror... Was zum... Wir hätten da den Raketenwerfer und schießt da im Sekundentakt. Schauen wir mal ganz kurz, wo der eigentlich kommt. Hä? Der schießt irgendwo von da hinten, oder von da oben, oder was? Nee. Das muss er von da oben abgucken. Hä? Der schießt da oben irgendwie auf. Das war ein Hammer! Ein Hammer, manche in Granat werfen? Ja. Da oben ist einer, siehst du? Ah ja, das ist er! Der Typ da oben! Der kleine Assi! Hö, hö, hö. Boah, schlau. Boah, schlau. Aber das ist doch wohl bei echt erste Klasse. Das ist echt gut, aber... Okay, und jetzt? Guck mal, noch einer, gell? Guck mal, hier, da hinten. Boah! Boah! Aber mitten im Salto! Boah, bitte nicht alle nochmal, bitte. Gott sei denn. Komm, einfach hinspringen! Neuer Versuch, alle tot. Einfach da hoch. Einfach... Oh, alle sind tot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Wir kommen einfach aus dem Nichts an! Verzweiflung pur! Aber... Ich glaub, ich würd nicht nochmal auf jeden Fall da hochgehen gleich. Ich geh auf jeden Fall gleich in Deckung, wenn ich hier oben bin. Oh, geh, Andi! Ähm, geh! Ach, du nervt! Oh, Mann, ey! Der Scheißsniper, ne? Der da hinten... 30 Eliminierungen mit der KL7! Ja, das ist das, Mann! Alter, Falter! Zeig mal, wie sieht's da aus? Zwei... Oh, nein! Genau, genau, du! Aufmerksamkeit mit ihm! Schnell, schnell, schnell! Oh! Du musst dir gleich in die Deckung! Ja, ich hab's genau... Ah! 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 Witz! Bitte! Wo sind wir denn hier? Wir spielen hier schon ne Weile und... Wir sind mittlerweile schon neun Jahre, Arnold! Ohne Witz, ey! Ich darf doch mal, oder? Ich darf doch mal, oder? Ich darf doch mal, oder? Boah, Sauber, ey! Na höher? Ja, sa, sa, sa. Na höher! Perfekt! Gut! Ach, die Recker! Wieso kommt da immer mehr? Wieso kommt da immer mehr? Penner! Er lebt noch! Was? Was? Oh! Du, Crack, er war das! Was? Das ist nicht! Komm, mir dein geil dais! Du, Crack, schwech dich! Du, Crack, schwech dich! Oh! Das war ein bisschen zu weit! Hätte ich jetzt nicht wieder! Ach, mal zielen! Zielen! Und dann nimm ihn weg! Und dann gerne fort hoch! Zielen! Warte! Das muss ich... Nein! Er! Das! Es war! Sauber! Und jetzt einfach nur nach oben! Ach, da gibt's schon wieder einen, oder? Das ist doch nicht... Oh nein, 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 nein! Komm, jetzt alles ein! Alles ein! Alles ein! Alles ein! Alles ein! Alles ein! Oh nein! Verdammt! Wieso kommen da immer wieder welche? Um das spannend zu machen! Wie auch kommen da welche? Komisch! Einfach spannend zu machen! Okay! Oh ja! Das sieht nicht zu gefährlich aus! Spring! Komm schon! Halt doch auf! Das sieht natürlich nicht gefährlich aus, oder? Einfach egal, Junge! Oh Gott, da kommt schon wieder einer! Oh mein Gott! Jetzt sind wir wieder im alten Uncharted! Schieß ihn ab! Arsch! Oh, sauber! Mit der Flinte von unten! Das war mit dem Revolver, aber... Oh! Ah, du! Smooth! Er schüttet einfach runter, weiß ich nicht mehr! Oh, sehr schön! Oh, das ist glaube ich der habige Teil vorbei! Da kannst du auf die Ding schießen! Ich liebe den Geruch von Propangas an morgen! Das hat aber keinem gehört! Ich liebe den Geruch von Propangas an morgen! Torn! Jawoll! Propangas! 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 Oh, das ist ja eine Ger... Ganz ruhig! Hast du eine Granate schon? Oh Mann ey! Ey, das ist so hart, oder? Oh Leute ey! Es war geil, ey! Wer ist da so frech? Du schießt von dort hinten! Ach, guck mal! Du! 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 Oh, er geht gleich da an! Eine Granate! Eine Granate! Oh, gerade! Wir haben... Ihr Penner! Sehr schön! Und da! Und der! Was versuchst du da von da so weit hinten mit einer... Scheiss schruggeln! Ey! Ohne Witz! Da! Schluck! Das! Mann! Wir werden damit! Ha! Das ist einfach so... Das ist weg, glaube ich! Er wirft eine Granate! Ey! Die Granaten sind... Pfff! Er schmeißt die einfach zurück! Wo ist denn... Mein Schild? Da! Wo ist es? Da! Ich lasse halt die... Die AK weg! Ist egal, das ist... Das ist gut! Rückschlag, Meister! Hallo! Toll! Wenn alles vorbei ist, oder was? Weil die mich ver... Ver... Eben? Oder? Es muss wieder da oben dran... Da musst du da hoch, ne? Was zum... Yo! Ja, schieß! Schieß doch! Schieß doch! Aber tanzt so lustig! Ich krieg die doch nicht mehr, dass du rumtanzt! Au! Voll ins Klee! So, Freunde... Was machen wir? Moment... Schieb das Ding runter! Muschies Schild, glaub ich, wegwerfen! So... Oder so wie... Damit der Clan sich bewegt, oder? Ich glaub, völlig gut! Sehr gut! Gut! Ah ja! Gut, jetzt können wir da runter! Sollte klappen! Ja, das sollte echt klappen! Dass er immer mit sich selber redet, ne? Er redet mit uns! Er weiß, dass er so ne Spielfigur ist, ne? Achso! Ich finde, Drake gibt's ja auch... Wie viel hast du dieses Battlespiel für die Playstation 3? All-Stars... All-Stars... Battle... Weiß ich nicht... Bla bla bla... Also so... So ein... So eine Art Super Smash Bros. nur mit... Richtig! Mit Playstation-Charakteren! So mit, weiß nicht... Von Metal Gear Solid, von Uncharted, von Resident Evil, etc. Und da kann man auch den Drake spielen! Ja! Hab ich sogar mal auf der Gamescom damals getestet! 2012, glaub ich! War echt gut, gell? Ja, war echt ganz witzig!